Oh, hey Muffin! Hau ab Muffin! Hey Kids! Steht ihr auf putzig-wutzig-lustiges Kinderprogramm? Frage? Ja! Tja, dann freut ihr euch sicher auf den Film! Der Vermöchnis der Fantasy Freut auf einen spannenden Film mit euren Lieblingsfussi-Helden ab morgen im Kino! Frage geht'n ab 16 Jahren! Also, Kinder, nicht wie ab ins Kino! Halte, 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 halte... Den Film muss ich auch unbedingt sehen! Wolfi! Ab ins Bett! Aaaaaaaaahhhhhh! Du! Oh, oh! Am nächsten Tag? La la la, la la la, la 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 la! Eine Karte für den Vermächtnis! Hey, hallo! Hä, was? Hey da! Bist du mein Gewissen? Ja, ich bin dein scheiss Gewissen! Und jetzt gibst du mir die Karte, bevor ich vor Neugierk platze! Schmachkopf! Moment mal, Moment mal! Hey! Für mein Gewissen scheinst du ein wenig kurz geraten! Kleine, du glaubst doch nicht in Ernst daran, dass du diesen Film ansehen darfst! Warum denn nicht? Weil er Film ab 16 ist! Darum! Was? Wie kann denn ein Film mit meinen Lieblings-Fuzzis erst ab 16 sein? Naja, die Filmkritiker hatten irgendwie das Gefühl, dass ein paar von diesen Fuzzis vom anderen Uferest stammen würden, wie auch immer! Du verstehst, was ich meine? Nö! Egal! Lass mich jetzt in Ruhe! Ich muss mich konzentrieren! Ach, bitte! Bitte! Etwas später... Hey Wolfie! Hey Dudes! Was macht ihr denn hier? Wir sitzen hier nur so und trauern. Dieser doofe Türsteher will uns einfach nicht reinlassen. Obwohl wir ganz nett gefragt haben. Ganz nett fragen? Wo will er denn jetzt hin? Hallo, lieber Türsteher. Darf ich mir bitte den Film ansehen? Ich weiß, ich war vorhin nicht nett zu ihm. Darum entschuldige ich mich jetzt. Und wenn Sie mich reinlassen, dann verspöre ich nachher im Chino-Saal ganz nett und ruhig zu sein. Oha, Ungläubiger! Lass mich rein, der zukünftige Herrscher von Antas befiegt es dir. Ach, schon wieder zurück. Jo, hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ich hab ne Idee. Warum tun wir uns nicht zusammen, um da reinzukommen? Hm, das könnte funktionieren. Hey, warum bin ich eigentlich unten? Der Schrohkopf ist immer unten. Und jetzt halt die Klappe. Eine Karte für den Film. Äh, ihr seid viel zu schwer. Ah, au, 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 au! Äh, wir sind schon weg. Oh Mann, wir schaffen es niemals da reinzukommen. Dass diese doofe Erwachsenen immer alles verderben müssen. Hm, Erwachsene. Genau, das ist es. Grüezi, ich hätte gerne vier Karten für das Vermächtnis. Was? Sag das nochmal. Ja, kann ich jetzt vier Karten haben? Aufhören, bitte. Hey, du blöden Arsch, kann ich jetzt vier Karten haben oder nicht? Boah, Schrohkopf. Boah, Schwachkopf. Mein Bauch. Au, Au, Au. Im Kino. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Aaaaaaah, hee. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018